Die Balinesenfrauen auf Lombok Unerhört auf Lombok hat man sich empört. Auf der Insel Lombok die Balinesen sind mit Minhaer unzufrieden gewesen. Und die Minhaers fast entzürnen und schaudern, Aus mit dem Brand, ohne zögern und zaudern. Und allerlei Volk verkracht, verdorben, wird von Minhaer angeworben. Allerlei Leute mit Mausergewehren sollen die Balinesen bekehren. Vorwärts ohne Sinn und Plan, aber auch planlos wird es getan. Hinter Lada arbeitete gut, und die Männer liegen in ihrem Blut. Die Männer. Aber groß anzuschauen sind da noch sechzig stolze Frauen, All eingeschlossen zur Wehr und Trutz, in eines Buddha-Tempels Schutz. Reich gekleidet, goldgeschmückt, ihr jüngstes Kind an die Brust gedrückt, Hoch auf Gericht ein jede Stand, den Feind im Auge, den Dolch in der Hand. Die Kugeln durchschlagen Trepp und Dach, wozu hier noch warten? Feig und schwach, und die Türen auf und hinab ins Tal, Hoch ihr Kind und hoch der Stahl, am Griffe funkelte Edelstein, So stürzen sie sich in des Feindes rein. Die Hälfte fällt tot, die Hälfte fällt wund, Aber jede will sterben zu dieser Stund, Und die Letzten in stolzer Todeslust Stoßen den Dolch sich in die Brust. Minher, derweilen in seinem Kontor, Malt sich christlich-kulturelles vor.